wir sprechen heute über shampoo es geht wieder um festes shampoo dieses mal habe ich das share produkt ausprobiert gibt es exklusiv bei dm und wie mir das gefallen hat das erzähle ich dir nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco wir sprechen heute immer wieder feste shampoos wer mich schon eine weile lang kennt weiß dass dieses thema für mich ein besonderes thema also ich habe da schon das ein oder andere produkt vorgestellt verlinke ich dir gerne mal unter im ii und heute soll es mal um das share produkt gehen dieses shampoo ist für normales haar ich selbst habe aber kein normales haar ich habe vor zwei jahren die pille abgesetzt und mein hormon haushalt ist immer noch durcheinander das bedeutet auch die haut spenden rum eine thematik die bei mir jetzt immer wieder hoch kommt es halt eban schuppen das muss ich so ein bisschen im griff bekommen und das ist natürlich durch das hormon chaos noch schlimmer geworden ich habe es hinbekommen meine haare alle fünf tage zu waschen aber mit hilfe von trocken shampoos und haar spiel wie trocken shampoos möchte ich natürlich am fünften tag würde ich aus den haaren raus haben das hier ist für mich kein shampo was ich ausschließlich verwenden kann sondern ich muss eben auch ein medizinisches shampoo anwenden aber das ist super zum reinigen also ich nehme meistens immer bis nur zum reinigen und dann nehme ich halt mein medizin das medizinische shampoo nach und das funktioniert super das hier ist recht austrocknen also alles was extrem schäumt und das tut es das hat auch irgendwie so ein bisschen eine austrocknende wirkung also jemand der wirklich mit ganz trockener kopf zu tun hat oder jemand der mit ganz schnell fettenden haaren zu tun hat den kann ich das nicht empfehlen weil alles was man austrocknet fettet schneller nach und wer eh schon trockene haut hat da ist es auch natürlich schwierig ich mag das wenn ein produkt gut schäumt für mein gewissen scheuen man hat nichts damit zu tun ob ein produkt gut reinigt überhaupt nicht aber ich mag es halt einfach nicht wenn ein produkt nicht schäumt ich mag es einfach nicht das ist einfach so ein gewissens ding ich habe auch keine ahnung ich mag das auch allgemein nicht beim händewaschen beim duschen das muss immer so ein bisschen schaum entstehen ich fühle mich da einfach besser dieses produkt kommt in der typischen schärfer packungen her also die produkte sehen ja eigentlich alle immer gleich aus es gibt schon sehr inzwischen gibt es auch bei rewe also seite ist wirklich bekannt feste duschstücke dann gibt es die festen shampoos es gibt kleidungsstücke es gibt haftnotizen es gibt notizbücher es gibt kugelschrauber es gibt wasser es gibt mehl es gibt pflanzen rings es gibt riegel und über die riegel habe ich sie damals kennengelernt in meinen veganen boxen waren es ein oder andere produkt von scheer drin ich habe das anfangs nicht gekauft weil ich die produkte nicht ganz so toll ich glaube schokolade gibt es auch noch aber hinter jedem produkt von scheer steckt eben die gute tat man hat hier so eine kleine skinner teil und da kann man gucken für was das produkt eingesetzt wird und hier kriegt ein mensch in not ein hygieneprodukt beim wasser ist es natürlich wasser oder nahrungsmittel et cetera also ich finde das gar nicht mal über diese festen shampoos sind ausschließlich für dm produziert worden und ich werde immer bezüglich des duftes auch gefragt das war jetzt an die hafer und das habe ich mir speziell ausgesucht weil ich eben vanille genauso wie diesen hafer duft ich mag das ganz gerne und ich kann das empfehlen bei menschen die eben duftempfindlich sind das produkt einfach ausrichten zu lassen also die packung aufzumachen das irgendwo hinzulegen vielleicht sogar die frische frische wäsche zu legen damit der duft an die wäsche abgegeben wird oder in schrank wo auch immer und das produkt riecht jetzt so ein bisschen nach den inhaltsstoffen findet es hat so einen leichten parfüm duft noch aber das ist vollends in ordnung in den haaren richt man zum beispiel gar nicht natürlich wäre so ein produkt noch schöner wenn es neutral wäre gebe ich inzwischen auch zu also ich habe viele zuschauer die da eben auch auf der kopfhaut reagieren wenn es um duftstoffe geht wäre natürlich noch besser ich finde dieses vanille hafer gar nicht schlecht aber sind wir mal ähnlich die haare riechen dann nicht danach absolut nicht ich höre das immer noch da aus frauen oder männer sagen feste shampoos funktionieren wir nicht das kann man so nicht sagen weil jedes feste shampoo anders formuliert ist jetzt bei diesen festen shampoos aus der drügerie gibt es jetzt nicht so große unterschiede finde ich aber wenn man jetzt irgendwie online shops aufsucht diesen ein bisschen anders naja also nicht aufgeben auf der suche wenn man wirklich ein festes shampoo verwenden möchte einfach dann auch der andere marke verwenden und ganz wichtig und so ein shampoo nicht funktioniert bei mir nicht wegschmeißen sondern nimmst zum duschen das ist hundertmal besser als seife als seife ist nicht gut für unsere haut also dann wirklich hergehen und das produkt als festes waschstück verwenden mache ich inzwischen auch so verwende ich eben die produkte die ich für euch testen gehen dann halt auch mal drauf beim duschen sozusagen und meine haut mag das total also kann ich euch empfehlen das hier wie schon erwähnt schon recht stark ich werde euch jetzt mal die inhaltsstoffe einblenden aber ich muss ganz ehrlich sagen für mich ist es halt genau das richtige ich hasse haare waschen ich mag es einfach nicht und habe waschen muss bei mir schnell gehen und ich möchte nicht erst einmal waschen und beim zweiten mal waschen dann auch noch irgendwie unzufrieden sein hier reicht es wirklich wenn du einmal drüber gehst und ich brauche die extra immer so auf für euch um euch zu zeigen wie schnell die aufgebraucht sind deswegen stelle ich das so ein bisschen in frage dass das wirklich zwei flaschen lang reicht warum ich da immer eine seite abbrauche interessiert ihr meinen ganzen feste shampoos videos so hast du am längsten war es von dem produkt wenn du nur immer nur die flache seite über dem kopf verteilt du kannst das natürlich auch so machen dass du erst das ganze in deinen händen auch schon dann über den kopf gehst aber die allermeisten machen wie ich eben den hier und dann hast du irgendwann nur noch so ein flaches stück und das kannst du irgendwann nicht mehr verwenden deswegen brauche ich immer erst die seiten auf quadratisch ist halt einfach die bessere form für so ein festes shampoo und dann verbraucht sich das unwahrscheinlich wurde also du kannst die möglichkeit über den kopf zu gehen oder du machst es eben so der preis ist auch vollkommen in ordnung also für den preis kann man es auf jeden fall auch wirklich mal austesten und zu gucken ist das was für mich oder ist es nicht und ich verwende jetzt schon so lang feste shampoos dass ich wenn ich da mal zurück rechnen was ich da an plastik eingespart habe ich mir schon ein bisschen auf die schulter klopfen kann ich mache keine heilige aus mir definitiv nicht aber es kommt einem immer so vor wenn man ja diesen plastikberg sieht man irgendwie produziert als einzelne person fühlt man sich schon immer ein bisschen schlecht wenn man hat nur so kleine schritte macht anders und man sich hat einfach denken gerade bei den shampoo flaschen wenn man das hoch rechnen würde hätte man eben noch mehr plastik verbraucht und von dem her möchte ich mir an der stelle schon so ein bisschen auf die schulter klopfen kennst du die share produkte das tolle ist halt wirklich dieses spenden einem menschen in not finde ich einfach gut und ja war ganz froh dass ich dieses produkt in dem gefunden habe die duftrichtung es hat für mich ich liebe ich liebe hafer und meine neugierde wird natürlich immer geweckt und ebenso marken die eben in den drogerien stehen so was rausbringen schade dass der hype gefühlt so ein bisschen ab jetzt das habe ich so ein bisschen schade aber dennoch gibt es eben solche produkte im internet und man kann sie eben im internet kaufen oder eben in den unverpackt leben da müsste auch mal gucken welches shampoo verwendest du hast du eine empfehlung diesbezüglich wir gucken hier auch leute zu die nicht vegan sind auch produkte verwenden die nicht tierversuchsfrei sind für mich zählt aber das produkt muss tierversuchsfrei sein muss vegan sein und es darf eben kein mikroplastik enthalten sein dass es hier eben auch nicht enthalten kennst du das produkt schreibt das gerne unten mal in die kommentare wie hast du es vertragen auch wenn deine meinung komplett von meiner abweicht das ist wichtig dann hat eben der zuschauer auch so ein kontrast schreibt es gerne mal unten in die kommentare ich melde mich ab sagt danke fürs einschalten geben wir doch einen daumen nach oben falls ihr mein video gefallen hat ihr wisst man aber es kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschüss tschüss